So Leute, Kalle on Tour, hier jetzt angekommen gerade im warmen Singapur und vielleicht kann man schon unschwer erkennen, ich hatte ein kleines Malheur, ich zeig euch das mal, ganz toll gleich, beim ersten Starten gleich mein Zahn verloren, zum Glück habe ich den jetzt noch bei, ja muss ich gleich vom Schiff gleich auf die Krankenstation gehen und muss mir den da ankleben lassen, wir suchen uns jetzt den Bus, zum Glück sind alle Koffer da, weil wir hatten ja bloß eine Stunde Zwischenstopp gehabt, achso zum Fliegen, ja war alles ruhig, alles gut, 787-9, auch ein ganz neues Flugzeug hatten wir gehabt, wo müssen wir raus hier, ach Gott, jetzt müssen wir da noch mal durch, ne, hier Mutti, komm mal, wir gehen einfach weiter durch hier, da ist mein Schiff, so, da geht es gleich raus und dann zeige ich euch noch mal am Schiffchen was, so Leute, jetzt bin ich auf der Auslaufparty hier, viel ist leider noch nicht los, aber ich wollte euch auch mal die Skyline zeigen hier, hoffe, dass die kleine GoPro das so raufkriegt alles, dass das ein gutes Bild wird, ehrlich gesagt wird nicht viel zu sehen sein, hier nochmal die linke Seite der Skyline, weiß gar nicht, ob das so gut rüberkommt, ja, wir laufen morgen aus, beziehungsweise heute Nacht noch, um 0 Uhr leider, werde ich wahrscheinlich schon im Bettchen sein, weil es war doch sehr anstrengend heute mit dem 10-Stunden-Flug von Istanbul, ja, und vorher die, was waren es, drei Stunden, also naja, könnt ihr euch ja selber ausrechnen, wie lange, ja, kann man mich überhaupt erkennen hier, so dunkel wie das ist, naja, wird schon gehen, gut Leute, melden mich dann wieder am Tage aus meiner Kabine, das wird ja morgen sein, schätze ich mal, da haben wir einen Seetag, Musik ist schon mal gut, finde ich, da kann man schon ein bisschen abfotten bei der Mucke. So Leute, heute erster Landgang hier in Penang und leider wurde unser Ausflug hier gecancelt und so müssen wir jetzt uns selber was suchen, aber ich kann euch sagen, Wetter ist ein Hammer, sehr, sehr warm, sehr, sehr warm und im Hintergrund seht ihr das Schiff, das mache ich nachher noch mal ein bisschen genauer, dass man sehen kann, was das für ein Riesenkasten ist. Wir laufen jetzt hier durch das Hafenterminal und schauen mal, äh, ja, hier soll ich nicht umbringen, das ist ja. Er sind hier. Aber ich werde mich auch inтомen, der Fuh, da habe ich mich für ein Riesenkasten, Wir sehen uns beim nächsten Mal. So Leute, gehen wir mal das Schiff von hinten und den Eingang zum Pier, also Eingang zum Hafen. Das Schiff zeige ich gleich nochmal ein bisschen dichter, wenn wir da näher dran sind. Ja Leute, das ist ein ganz schöner Kasten, kann ich nur sagen. Wahrscheinlich kommt das auf dem Video gar nicht so rüber. 60 Meter hoch, weiß jetzt nicht wie viele Stockwerke ein Haus bei uns hat, ehrlich gesagt. Na gut Leute, das war erstmal aus Penlang, Color & Tour aus Penlang, mit Zahnlücke. Ja, gerade auf dem Flug, so eine Scheiße, ja. Die Leute gucken alle, naja, nichts zu ändern. Kleben kann den keiner, der soll auch nicht halten und alle, naja. Da habe ich ein bisschen Pech. Läuft es mit den Mädels auch leider nicht so gut. Die ja sowieso nicht da sind, also. Gut, ich sag jetzt mal Tschau heute, wa? Tagchen, ich, beziehungsweise meine Mutter und ich, wir sind heute in Kuala Lumpur und haben jetzt hier so einen Ausflug, oder machen gerade den Ausflug. Und, naja, ich sag mal Nepper, Schlepper, Bauanfänger heißt das ja. Wir besuchen jetzt hier so ein Haus, oder wie gerade bei diesem Haus, wie die da wohnen. Und jetzt, ja, sag mal, so als wenn ihr alle zu mir nach Hause kommen würdet und würdet euch zeigen, wie ich wohne. Na ja, so in etwa. Zeig euch das aber trotzdem mal. Er hat viel Pflanzen halt, ne? Wie so ein Kräutergarten, bei euch zu Hause halt. Na ja. Vielleicht ist ja einer Gärtner von euch. Jetzt zeige ich euch mal die Blümchen. Jedenfalls ist das hier so warm, dass ihr nicht fahren wollt hier. Also Karre fahren wollt. Ich glaube, das macht keinen Spaß hier. Man denkt ja mal auch, wenn es schön warm ist. Aber hier sind bestimmt 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Jetzt ist es noch früher Morgen, aber ja, zum Fahren, wir waren gestern unterwegs und da war das so heiß gewesen, da hast du gesagt, nee, also nur noch Schatten. Oder sogar in der Klimaanlage. So, jetzt tut er mein Fuß so wie auf einmal. Jetzt, jetzt leider, leider, leider ist hier schon der zweite Bus angekommen, aber wir waren ja gestern schon in einem Tempel drinnen auf eigene Faust. Und, äh, ja, der sah so ähnlich aus. Ich zeig dir euch den mal. Das habt ihr schon gesehen im Video. Wird ja dann wahrscheinlich im Video kommen. Jeder ist da jetzt. Und wir waren gestern zum Glück alleine da. Hab ein paar Räucherstäbchen angezündet, hab mir ein bisschen, ein bisschen was ihr wünscht für die Zukunft. Und, ja, so, dann hab ich gefragt, gerade große Motorräder gibt's hier nicht, die sind dann alle in Malaysia direkt, Malaysia Stadt. Weil hier leben halt nur die Leute, die wenig Geld haben. Ich hab ihn gefragt, hab extra gezeigt, so easy rider, weil er kein Wort Englisch konnte, dachte ich, easy rider wird er vielleicht kennen. Aber er hat gar nichts verstanden, aber ist ja auch nicht so schlimm. Also, kann ich euch keine besonders großen Moppe zeigen, so wie wir das halt gewohnt sind von uns. Wie gesagt, hier ist der Tempelseiteneingang. Ähm, find's schade, dass das jetzt ein bisschen zu touristisch ist. Klar, wir müssen ja irgendwo hinkommen, aber, ja, naja. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen was anders sehen. Hm. Muss mal sehen, wie dick die Anni-Pummel sind hier, ja. Bei uns würde doch keiner so dick Anni-Pummel drum fahren. Aber vielleicht frieren die ja, kann ja auch sein. Wir würden ja alle ein T-Shirt rumfahren, ja. Ein T-Shirt dort oben. In Deutschland undenkbar mit den breiten Schlappen ohne Verbreiterung rumzufahren. Telefon, geil, mit den Stacheln da dran. Ja, woanders ist eben alles möglich. Nur in Deutschland. Wenn die schicken Sachen verboten. So, moin, Leute. Heute sind wir in Langkawi. Eine von 100 Inseln oberhalb von Malaysia gelegen. Und wir machen heute einen Ausflug in den Tropenwald. Und hoffen darauf, dass wir da ein paar Tierchen zu sehen bekommen. Leider auch heute mit langen Hosen. Ah, das kann man ja nicht sehen. Da von da oben mit der Kamera. Ähm, dann Kawi-Cruise-Terminal hier. Wir müssen jetzt erstmal 800 Meter laufen. Da wird noch ein Fotochen gemacht. Genau. Im Hintergrund seht ihr das schönes große Schiff nochmal. Und ich hoffe natürlich, dass wir heute, ich stehe ja total auf diese tropischen Sachen, dass wir da schön, weil die haben geschrieben, dass es ein unbefestigter Weg sein soll. Und da hoffe ich natürlich drauf. Also wir haben geschrieben Level 4. Das ist da vielleicht mit Klettern verbunden. Ich hoffe, dass meine Mutter das alles schafft noch. Ja, so sieht das schon schön aus. Schön türkisfarbendes Wasser haben wir hier. Der Koffer ist natürlich nur ein kontraproduktiv für mein Video. Excuse me. Ich will die mal überholen. Wackelt natürlich tierisch hier, weil ich den Koffer überholen musste. Er macht ja ein Radau. Versorgt mir das Ganze für Video hier. Ich hoffe, dass der Windpuschel natürlich seine Arbeit macht und dass da keine Windgeräusche sind. Hier ist mir das noch ein. Ich hoffe, dass ich den Koffer binden kann. Ich hoffe, dass der Wachstens Uber eine an Land bzw. zurück von Natur. Wir hatten ja gerade die Dschungeltour gemacht. Wir gehen jetzt zurück aufs Schiff. Wetter ist schön warm, also sehr warm. Ich glaube keiner von euch fährt bei dieser Hitzekarre. Also ich würde es nicht mehr machen. Es ist sehr 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 drückend hier, 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und ja, dass wir jetzt zurück aufs Schiff gehen, hatte ich schon gesagt, glaube ich. Damit ist Langkawi jetzt auch hinter uns. Jetzt haben wir zwei Tage Seefahrt. Also wie heißt das? Seetage. Und meines Erachtens nach geht es dann nach, geht es jetzt nach Bangkok oder geht es jetzt erst nach Vietnam. Kann ich jetzt so genau nicht sagen. Weiß ich nicht. Wir sehen uns dann nochmal, denke ich, in Vietnam oder mache ich jetzt hier einen Cut. Ja. Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. So Leute, also. Wir verabschieden uns in Langkawi. Hintergrund nochmal das Schiffchen. Ich gehe jetzt an Bord. Wir gehen jetzt an Bord. Dann fahren wir zwei Tage auf dem Wasser, hatte ich ja schon gesagt. Also ich sage jetzt mal, Tschau Leute. Schönen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ich den richtigen Filter drauf habe. All die Weile sieht so sehr, sehr hell aus. Ich habe jetzt mal einen ND-Filter drauf geschraubt. Vorher hatte ich mal den 64 drauf. Jetzt halt einen 32, weil ich dachte, naja, mal sehen. Jetzt. Ich sage mal, Tschau, Tschau. Wir sehen uns dann nächste Woche. Das Video wird ja dann auch kommen, schätze ich. Sollte es nicht kommen, was weiß ich, was passiert. Sehen wir uns wieder auf Dakar wahrscheinlich. Bis dann, Leute. Tschau.